Ich habe kürzlich auf Instagram veröffentlicht, dass ich Raphaelokugeln selbst gemacht habe und die schmecken wie die originalen. Daher zeige ich euch jetzt das Rezept und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir süßen die Kugeln mit Datteln und ich brauche für dieses Rezept etwa 30 bis 40 Gramm. Ich benutze gerne etwas weniger, weil ich mich ja sehr zuckerarm ernähre. Mit vier Datteln komme ich sehr gut hin, das sind 35 Gramm. Und vorbereitet wo ist mein Löffel? Dazu kommen jetzt 40 Gramm Kokosöl. Meins ist stein hart, es war im Kühlschrank, also stellt es lieber nicht in den Kühlschrank. Dazu kommen jetzt noch 100 Gramm feste Kokosmilch. Ich habe die da vorne in den Kühlschrank gestellt, damit sich das Fett oben ansammelt und wir diese schöne Kokoscreme, zwar die feste Kokoscreme, da reinkülen können. Dazu kommt jetzt noch eine kleine Prise Salz. Salz ist ja auch ein Geschmacksverstärker und es bringt einfach so ein bisschen mehr Tiefe in die Kühlschrank rein. Zuletzt unser Geheimzutat Mandelmilchpulver. Ich weiß von meinem letzten Video über Kinderriegel, dass es nicht so leicht ist da ranzukommen in Deutschland. Aber ich habe euch unten in der Infobox ein Mandelmilchpulver verlinkt, das ihr verwenden könnt. Mandelmilchpulver bringt uns diesen leckeren, milchigen Geschmack in die Kugel mit rein. Und schmeckt zusätzlich auch ein bisschen nach Mandel, was einfach nochmal die Raffaello Creme so ein bisschen unterzeichnet. Wir brauchen davon nur 20 Gramm. Diese ganze Mischung erwärme ich jetzt auf dem Herd. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht kocht. Es soll einfach nur erwärmt werden, damit das Kokosöl und die Kokoscreme schmelzen kann und sich alles miteinander vermischen kann. Später kommt die Creme dann in den Mixer. Und wenn ihr sehr harte Datteln verwendet habt, dann sorgt dafür, dass ihr einen kräftigen Mixer habt, der das auch gut zerkleinern kann. Falls nicht, dann lasst die Datteln einfach länger in der Creme einweichen und mit jeder Minute werden sie ein bisschen weicher. Das heißt, am Ende könnt ihr dann auch eine schöne, smooth Creme haben. Das Kokosöl und die Kokoscreme ist jetzt geschmolzen und wir haben eine schöne Creme mit großen Datteln drin. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt pürieren. Also kommt das in meinen kleinen Handschickser. Ich berühre das für gute 1-2 Minuten, damit es richtig schön weich und smooth ist und keine Dattelstückchen mehr drin sind. Die Creme ist fertig und schön fest geworden, vielleicht sogar etwas zu fest, aber ich glaube, damit kann ich arbeiten. Und jetzt braucht ihr Mandeln, am besten die Schälte. Muss nicht sein, aber dann sieht es halt ein bisschen schöner aus, wenn ihr reinbeißt. Und ganz viele feine Kokosmaspeln, indem wir die Kugeln dann überall entwenden, wie sie fertig geformt haben. Also, ich nehme jetzt so einen schönen Barzen Creme. Ihr könnt natürlich die Kugeln so groß machen, wie ihr wollt. Am besten ein bisschen größer. Dann nehmt ihr einfach eine Mandel, drückt die so rein und braucht das Schlichtweg mit den Händen. Ist ein bisschen klebrig, ist aber am Ende kein Problem. Die Creme ist nämlich schön weich und auch so ein bisschen flüssig, genau wie die original. Wenn ihr die Kugel habt, dann könnt ihr das so rollen und danach von mir aus gerne nochmal rollen, weil dann geht es besser. Und dann auch nochmal rollen. Also ich wollte sie meistens zweimal, weil ich kann sie besser rollen, sobald sie schon ein bisschen Kokosmaspeln dran haben. Dann werden sie schön rund und dann bin ich mit der ersten Kugel fertig. Und ich weiß, echte Raffaello-Kugeln haben ja einen Keks mit drin. Aber ich habe das weggelassen, weil ich fand, das war zu kompliziert. Es war richtig schwer, den zu machen und das Problem ist auch, ich nutze ja für diese Creme Kokosmilch das Wasser mit drin. Das heißt, wenn dann ein Keks dabei wäre, würde der Keks mit der Zeit weich werden. Und das wäre doof, dann ist das nicht mehr knusprig. Also was wir stattdessen machen, ist, dass wir diese Kokosmaspeln einfach nehmen, weil die bleiben ziemlich lang knusprig. Und die Mandel innen, die ist auch schön knusprig, wenn man reinbeißt. Ich demonstriere das später noch. Okay, dann geben wir mal den ersten Versuch. Hast du schon eine gegessen? Ja, dafür hast du schon mal eine gegessen. Schon mal eine gegessen. Was bringt mich gleich zu dieser Werbung? Die Raffaello-Werbung. Ja, ich habe nur eine Freakцы. Dann liebe ich sie! Ja, liebe ich sie. Okay, das ist ein Freak made, das war schinter. Ja, das ist ein Freak par. Das ist ein Freak, der Krang nach oben. Das ist ein Freak, der Krang. Ich bin ein Freak. auch ein Freak. Det war für mich. Ich bin ein Freak, das war bestester.